Es gibt neun juristischen Ärger für Donald Trump um seine verlorene Präsidentschaftswahl 2020. Und die nächste Runde, sie steht an, denn in Georgia wird nun die Anklage gegen ihn und 18 weitere Beschuldigte verlesen. Der Vorwurf lautet versuchter Wahlbetrug. Trump muss allerdings nicht persönlich erscheinen und hat bereits angekündigt, dem Termin fernbleiben zu wollen. Er hatte in einem Telefonanruf den Wahlleiter in Georgia aufgefordert, Stimmen zu finden, damit der Bundesstaat in der Schlussrechnung an ihn gehe. Der Ex-Präsident ist unter anderem auch wegen des Sturms auf das Kapitol und wegen Verschwörung angeklagt. Michael, und das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Trump poltert natürlich weiter, aber heute diese Anklageverlesung. Wie eng kann es tatsächlich für ihn werden? Und auch im Rennen um die Präsidentschaft Trumps für die Republikaner, könnte er damit tatsächlich gestoppt werden? Also diese Anklageverlesung, die steht ja nur noch auf dem Papier. Die ist getan. Und jeder Angeklagte, alle 19 Angeklagten haben ja schriftlich sozusagen eingereicht, ihr Statement, dass sie sich für nicht schuldig bekennen. Insofern ist dieser Termin überflüssig geworden. Jetzt gibt es um 1 Uhr unserer Zeit hier, 19 Uhr eurer Zeit, ein Hearing in Georgia. Und das ist natürlich dann durchaus interessant. Da geht es darum, wann vielleicht dieser Prozess beginnen kann, wie jetzt tatsächlich er geführt wird, ob aufgesplittet wird er in Gruppen von Angeklagten. Das ist ja ein hochkompliziertes Unterfangen. Und dann wird der Richter darüber entscheiden. Wir wissen ja, Donald Trump peilt ein sehr spätes Datum an. Andere Mitangeklagte wollen schon im Oktober möglichst den Prozess beginnen lassen. Also das dürfte auf jeden Fall mal spannend werden. Ja, und wenn man auf die ganze Szene mal von oben drauf schaut, wem hat das Ganze bisher genützt? Ja, Donald Trump. Eine neue Umfrage macht es auch noch einmal deutlich, auch wenn einem das immer wieder doch suspekt vorkommen mag. Ja, Donald Trump hat den Abstand zu seinen Mitbewerbern, um die Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern weiter vergrößert, laut einer CNN-Umfrage von gestern. Und das Interessante eigentlich, was ich vielleicht noch hinzufügen darf, ist, dass diejenigen, die ihn unterstützen, tatsächlich fest zu Donald Trump stehen. Und der Anteil derjenigen, die sagen, ja, ich bin zu 100 Prozent sicher, dass ich mein Kreuzchen bei Donald Trump machen werde, der ist noch einmal gestiegen. Ja, seit Anfang Juli, jetzt bis Anfang September. Also Donald Trump konsolidiert seine Basis tatsächlich. Und das ist vielleicht doch dann das Erstaunliche, dass trotz aller Anklagen und womöglich auch Verurteilungen seine Anhänger doch weiterhin fest zu ihm stehen. Michael, du wirst das Ganze für uns beobachten. Und heute Abend werden wir dann natürlich zu dir schalten, um das Ganze von Washington aus in Georgia einzuordnen. Und dann bei Franka und Alexander. Danke dir erst mal für den Moment. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.